So, mal ein kleines Infovideo. Ich wollte euch nur sagen, dass ich wahrscheinlich Edna bricht aus pausieren werde, da es mir nicht mehr wirklich so viel Spaß macht. Ich würde lieber jetzt Horrorspiele let's playen, das macht mir wirklich viel mehr Spaß. Und ich weiß auch nicht, wann ich Tom Vida weiterspielen werde, da es mir auch nicht wirklich viel Spaß macht. Ich werde dann nur irgendwie aggressiv und das ist auch nicht wirklich toll. Und ich wollte euch auch mal was erzählen, nämlich, dass das Hochladen für mich immer etwas kompliziert ist. Da ein Video von Pandora's Tower so 600 bis 700 MB hat, dauert das Hochladen wirklich bis zu 10 Stunden. Und 10 Stunden, das ist echt extrem. Also muss ich das immer über Nacht hochladen und meine Mutter findet das nicht wirklich toll. Also ich hatte dann vor, Silent Hill zu let's playen, bin ich dann... Ne, Pandora's Tower wird ja noch ein bisschen lange dauern. Also dann habe ich ja Pandora's Tower, Silent Hill wahrscheinlich und Obscure 2. Bei Obscure 2 wird auch nicht so viel kommen. Also mal in der Woche oder was weiß ich. Es dauert halt ein bisschen immer, wenn was hochgeladen werden kann. Oh Gott. Weil, ja, weil ich das ja immer mit Lia spiele. Und, ja, wir sehen uns nicht wirklich jeden Tag. Und spielen wollen wir das auch nicht immer. Also, das ist dann halt so ein Projekt, das wirklich mehrere Monate dauern kann, bis es halt fertig ist. Aber ich glaube eh nicht, dass das so viele gucken. Aber ist mir egal. Außerdem versuche ich für euch, gute Qualität durchzuladen. Aber mit meinem Querva funktioniert das nicht so wirklich, weil es ist, glaube ich, ein nicht wirklich guter. Der macht nicht so wirklich gute Qualität. Ich entschuldige mich auch dafür, aber, ja. Ich, mhm, rendere auch in HD. Aber ich glaube, das bringt nicht so wirklich was. Ich weiß nicht, ob es euch stört. Aber ich hoffe nicht. Ich werde mir auch bald einen besseren Grabber kaufen, was noch ein bisschen dauern kann, da ich gerade kein Geld habe. Weil ich noch zur Schule gehe. Oh, juhu. Und ich habe gerade mein ganzes Geld für zwei Bartergaben ausgegeben. Ja. Ja. Und deswegen habe ich kaum noch Geld. Und ich werde dann bald Silent Hill Shattered Memories. Let's play. Und da wollte ich euch noch fragen, ob es euch stören würde, in dieser Qualität das zu sehen. Oder ob ich es erst anfangen sollte, wenn ich den neuen Grabber habe, was dann ja noch dauern könnte. Also, sagt mir dann bitte eure Meinung dazu. Danke. Ja. Und ich hoffe, ihr freut euch. So, das war das kurze Infovideo. Mit sehr vielen Versprechungen. Ist mir aber egal, weil es mir gerade auch nicht so gut geht. Und tschüss. Ciao. Ciao.